Hier präsentieren wir die 5 beste Vorratsschrank-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Lifestyle 4 Living Apothekerschrank weiß mit Auszug. Der Lifestyle 4 Living Apothekerschrank eignet sich nicht nur hervorragend zur Aufbewahrung von Medikamenten und anderen Haushaltsgegenständen. Er eignet sich auch hervorragend zur Aufbewahrung von Waren, da er viel Platz bietet. Die Tür kann vollständig geöffnet werden, um Zugang zu allen Utensilien zu erhalten, die auf den 4 Einsätzen gelagert werden können. Er hat eine Breite von 30 cm, eine Tiefe von 54 cm und eine Höhe von 185 cm. Dieser Schrank passt in praktisch jeden Raum in Ihrer Wohnung und sorgt dank seines schlichten, weißen Designs für Ordnung. Nummer 4. Trend Team Smart Living Badezimmer Hochschrank Schrank Amanda Der Trend Team Bad Hochschrank ist formschön und hoch und schlank, so dass er in viele deutsche Bäder passen dürfte, verspricht aber auch viel Stauraum für Bad Utensilien. Es gibt ihn in den Oberflächen weiß hochglanz, agavegrau hochglanz und eicherastig. Der Hochschrank hat eine Breite von 31 cm, eine Tiefe von 37 cm und eine Höhe von 190 cm. Er hat oben und unten eine Tür und in der Mitte einen offenen Raum. Außerdem ist das Produkt FSC zertifiziert, was bedeutet, dass es unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung hergestellt wurde. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. WIKKO Küchenschrank Hängeschrank Unterschrank Küchenzeile Hochglanz Farmeline Der WIKKO Hängeschrank ist in zwei Größen erhältlich 30 cm Breite und 40 cm Breite, bei gleicher Tiefe und Höhe 34,1 cm tief und 72 cm hoch für beide Varianten. Der Schrank ist in den Farben Hochglanzweiß, Hochglanzantrazit, Hochglanzbordiauxrot und Edelgrau erhältlich. Der WIKKO Hängeschrank wirkt durch die hochwertige Verarbeitung der Materialien sehr modern und passt somit perfekt in jede neue Küche. WIKKO produziert auch verschiedene Küchenschränke in ähnlichen Design für jeden Bereich der Küche, die allesamt perfekt aufeinander abgestimmt sind. Nummer 2. Amazon Basics Lagerregal mit 4 Regalböden Das Amazon Basics Lagerregal gibt es in drei verschiedenen Größen. Es ist in den Größen 23,3 x 13,4 x 30, 36 x 14 x 54 und 36 x 14 x 72 erhältlich, so dass es irgendwo passen sollte. Das verschrumpfte Aufbewahrungsregal ist nur in schwarz erhältlich. Das Regal verfügt über 4 Einlegeböden mit einer Tragfähigkeit von jeweils 160 kg, so dass das Regal insgesamt 640 kg tragen kann. Es eignet sich perfekt für die Küche, das Büro oder die Garage, da es dank seiner großen Tragfähigkeit Platz für mehr als nur Lebensmittel bietet. Und die Nummer 1 unserer Liste, Forte Ohio Mehrzweckschrank, Holzwerkstoff. Der Mehrzweckschrank Forte Ohio besteht aus Holzwerkstoff und ist in den Farben Weiß und Weiß plus Eiche Sonoma erhältlich, so dass Sie die Wahl zwischen einem älteren und einem moderneren Look haben. Er ist 120 cm breit und wiegt 77,7 oder 75,7 Kilo. Mit einer Tiefe von 42 cm und einer Höhe von 190,5 cm bietet er viel Stauraum. Der Forte Ohio ist ein Schwebetürenschrank mit viel Stauraum dank der verstellbaren Inneneinteilung. Der Mehrzweckschrank Forte Ohio ist nicht nur für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet. Um mehr Platz für Kleidung oder Haushaltsgegenstände zu schaffen, können Sie weitere Einlegeböden bestellen oder einen der 6 Standard-Einlegeböden herausnehmen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.